... Das ist aber auch nicht sehr freundlich. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Dann setzt sie sich hin, du machst ein bisschen Kale, du musst ein bisschen rumspielen. Dann sagt sie auch, wie gemütlich, ins Polster und sowas. Dann können wir ihr einen Kaffee bringen oder irgendwie Zeitschrift oder sowas. Dann geben wir es jetzt hier aus. Dann gibt es ihr die Zeitschrift. Sie steht dann auf und ich gebe ihr die Zeitschrift. Und dann musst du Spissen schneiden. Dann werden wir uns gleich in die Zeitschrift. Wir tun uns auch. Hier ist die Zeitschrift, die Sie in der Nähe des Meer und der Essen. Dann wird es nicht so gut, wie wir uns auch die Zeitschrift haben. Vielen Dank. Vielen Dank.